Hallo, ich bin der Andreas und genau wie du jetzt bin ich vor einiger Zeit das erste Mal über einen Bekannten, über einen Nachbarn auf diese Internetseite gekommen. Mittlerweile bin ich ein sehr zufriedener Kunde der Kompass Sicherheitstechnik GmbH und ich möchte dir einfach einen kurzen Einblick in meine persönliche Erfahrung geben. Nach der ersten Kontaktaufnahme per Formular wurde ich von einem Mitarbeiter kontaktiert, um einen Termin zu vereinbaren. Kurz darauf folgte der Besuch eines hausinternen Gutachters und er hörte sich meine Vorstellungen an und hatte während unseres Gesprächs schon eine sichere Lösung, die mir persönlich sehr gut gefiel. Zwei Tage nach unserem Treffen bekam ich das Sicherheitskonzept inklusive Kostenvoranschlag geliefert und nach Auftragserteilung verlief wirklich alles sehr unkompliziert. Die Techniker waren pünktlich, die Arbeit sauber und ich bin tatsächlich bis heute von den Produkten begeistert, weil nichts von der Stange kommt und ich einfach individuell beraten wurde. Ich habe mich bei meiner Firma für eine Grundstücksüberwachung mit Video- und Notrufleitstelle entschieden und privat haben wir auf ein Sicherungsmaßnahmenkonzept im Haus gesetzt. Dieses Video habe ich übrigens gerne und kostenfrei erstellt, um einfach meine positiven Erfahrungen mit euch zu teilen. Vielen Dank.